Max fährt uns? Ja, Max fährt uns. Geil. Fahr mal das Auto runter. Grüß dich. Also ich mach mal ganz kurz noch eine Moderation. Alihan von Lülle, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich hab keine Ahnung, was gerade abgeht. Joby meinte irgendwas mit. Wir werden jetzt gleich gefahren irgendwo hin und es kommt doch im Finale. Ich hab kein Blasen, was passiert. Lass mich einfach überraschen. Oha, Sportauspuff. Schon der GSI. Kommt mit dem Alter nicht mal machen, Mann. So. Wollt es noch wehen? Wir steigen rein. Hier steigen rein. Du hast Führerschein? Ja, ja. Nehmst du die Cam nach vorne? Ich stehe nach vorne, okay. Max. Ja? Fahr vorsichtig. Ich geh rein, ja? Ja. Alter, ich komm nicht rein. Ich bin drin. Was macht der Nullhunde? Solide 19 Sekunden. Oder auch nicht. Okay. Von hier nach Köln. Zwei Minuten. Muss ich mich anschneiden, Max? Das bringt dir eh nix. Bringt's auch nicht. Ja, okay. Bist du sicher, ja? Der hat auch Töpfe, hat er gesagt. Okay, langsam. Wir wissen, du kannst fahren. Ich kann nicht fahren. Okay, okay. Wie alt bist du, Max? Zwölf. Okay, cool. Cool, 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 cool. Schönwischer geht. Eine Runde. Eine Runde. Hier um den Block. Genau. Da vorne hängt der Psydo. Oh, hallo, cool, Gucka, komm. Noch eine Runde. Oh, hallo, 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 hallo. Oh, hallo, 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 hallo. Boah, ich bin doch raus. Ich bin doch raus. Boah, ich bin doch raus. Peter. Ich kann dich von festen, kann ich dich doch festhalten. Du, du kannst kaum über das Lenkrenn gucken. Ich kann die da. Ich seh alles. Oh, schön, dass du mit ein Fronterziehend driften. Top! Der Rückwärtsgang. Okay, jetzt, Max, jetzt wieder zurück und dann zur Reithalle. Alles klar. Nee, warte mal, stimmt nicht. Du musst mit dem Auto reinfahren, ne? Ja. Genau, dann weißt du wo? Ja, natürlich. Ey, Mann, was ist los, Alter? Wallah, ich weiß genau, was ich mache. Was willst du mal, wenn du groß bist? Kfz. Kfz, was ist denn das? Du meinst Mechaniker? Natürlich. Krass, okay. Hält ja sicher, dass du Rennfahrer werden willst. Geil. Machst du schon wieder Blödsinn? Der hat schon wieder so... Ja, ja. Ja, ja. Boah, hier in der Halle ist der Sound noch mal ein bisschen krasser irgendwie. Okay, Max. Wir steigen aus. Wir steigen aus. Wir steigen aus. Ich kenne den Max schon, seit er klein ist, aber ich wusste nicht, dass er so wild ist. Du liegst doch. Du liegst doch. Du liegst doch. Digga, der ist zwölf. Ich hab jetzt... Ich hab mir zwölf andere Sachen gemacht. Wird grad ein bisschen komisch. Ich fand's geil. Ist dein Sohn? Ja. Wir haben alles richtig gemacht. Ja, jetzt hier machen wir aktuell einen Autoball. Wir haben zwei Autos, zwei Tore. Dann machen wir drei Tore, fünf Tore. Und woher kennen wir uns? Ja, wir zwei kennen uns durch TV Total, durch Stocker Crash Challenge. Haben wir uns kennengelernt vor 13, 14 Jahren, denke ich so. Und du spielst jetzt seitdem jeden Tag hier Autoball? Nee, das ist persönlich das Highlight von Joey. Für gute Freunde. Die nehmt dann nochmal mit für eine Runde Autoball. Wie auf dem Jahr? Ein, zwei Mal? Drei Mal? Ja, drei. Drei Mal machen wir dazu. Das ist mir eine große Ehre. Ich hab noch nie Autoball gespielt. Übrigens, dass du das weißt. Bis jetzt kann ich keine Landstraße Autobahnen und ich kann... Ja, wozu mal Fußweg aber? Wichtig ist schon, dass du schalten kannst. Also, dass du Schaltwagen schon mal gefragt hast. Ja, ja, ja. Das krieg ich mal nicht. Hier ist kein Unimog, ja? Ja gut, das ist auch gut so. Okay. Gibt es auch eine Regel? Ja. Ich werde das Ganze blocken, wenn der Ball irgendwo eingefahren ist und man sieht, das funktioniert nicht. Ja. Aber mein Ziel ist eigentlich, mit dem Auto irgendwie versuchen, den Ball da reinzukriegen. Genau. Oder dich dafür abzuhalten. Wichtig ist, haltet nicht aufeinander. Ja. Der Ball, wir haben nur einen Ball. Okay. Ist der Ball kaputt, ist das Thema durch. Ja. Okay. So. Mehr. Keine Tiefschläge, faires Spiel. Okay, alles klar. Möge der Bessere gewinnen. Alter, ich fahr Autoball jetzt. Ach du Scheiße. Oh Gott. Leute. Oh Leute. Ihr macht euch keine Begriffe. Also so sieht das jetzt aus hier. Ich werde jetzt versuchen Joey abzuziehen, weil mir wahrscheinlich nicht gelingen. Aber krass, der hat sich einfach für Tifo total Auto Ball Challenge hier. Warte mal. Schaltung ist hier. Einfach ein Corsa. Also ein Trainings-Bakur gebrochen. Das ist krank. So. Dann werde ich mal sehen hier. Ich glaube es geht hier noch unbedingt los. Ich hätte nochmal pinkeln gehen sollen. Scheiße. Ich mach jetzt POV. Ich hoffe man sieht auch was. Okay. Mein Auto läuft. Alle Lampen an. Ich schneide mich an. Macht was ihr wollt. Dafür wurden die Dinger erfunden. Ich mach ein Gurt an. Ist mir kackegal. Machen wir Licht an hier. Ja. Ja. Der ist noch nicht drin. Der ist noch nicht drin. Der ist noch nicht drin. Was für das? Der ist noch nicht drin. Ha, kannst du verjessen! Ach, verdammt, ach! Alter, voll Joey gerammt! Alter, voll fireball! Zurück bar手 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020